Wir haben die erste Ortschaft erreicht, Boschok. Und jetzt fahren wir richtig Sonnbartei. Richtig früh. 3, 2, 1. So, das ist unser Bus. Wir sind jetzt in Boschok angekommen und fahren nach Sonnbartei. Wo ist der Buschauffeur? Wir fahren mit dem Bus. Schaut mal. Könnt ihr euch in der drüben sein? Das ist egal. Das ist der Buschauffeur sein Auto. Er ist noch in dem Auto drin und in dem Bus ist er nicht drin. Jetzt muss man weit warten. Er hat gesagt, er macht einmal Pause. Willkommen in Ungarn. Weg ist er. Schliessler hat er drin gelassen. Ja, wir sind jetzt im Bus drinnen, wo der Buschauffeur nicht drin war. Jetzt haben wir den Buschauffeur da sehr lang, sonst werden wir nicht weiterkommen. Wir fahren, wie schon erwähnt, nach Schopron. Okay, was wir mit haben für zwei Personen. Also das ist für meine Frau und mich einmal. Jetzt haben wir mit 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80, 200 Euro haben wir mit. Wir sind malig, ob das in Ungarn reicht oder wie lange es reicht. Denn in Österreich reicht es normalerweise zwei Personen nicht. Und dann, wir schneiden wir jetzt weg. Wir sind jetzt kurz beim Festival, da machen wir nochmal eine Video. Dann zeigen wir euch den Eingang, dann die Preise, dann das Jeep, das wir kriegen und wie das Ganze alles läuft. So, wir sind jetzt auf den Bahnhof angekommen und wir fahren jetzt mit der Bahn nach Schopron. Jetzt sind wir drinnen, Bahnhof, gut oben, wo die Tafeln sind, die Elektro-Tafeln. Da werden wir jetzt schauen, von wo der Fahrt genau, welche Fahrt, wir werden schon hinfinden. Und wie haben Sie vorstunehmen? Ja, wir haben jetzt einen in den Zug. Oh nein. Oh nein. Wir sind von Rechnitz nach Borscht rumgegangen, das waren 400 Kilometer, jetzt haben wir auf dem Bus aufgestiegen. Wir sind jetzt angekommen beim Festival, hier seht ihr schon den Schmiednergrund, das ist das World Festival, das sage ich jetzt selten. So, ganz kurz, wir sind, wie ihr gesagt habt, eingekommen, wir haben euch beim vorigen Video gesagt, wir sind mit dem Zug daher gefahren, wir haben schon ein bisschen vorgeglüht, dass es nicht so teuer ist. Ich habe euch gesagt, wir haben 200 Euro zur Verfügung gehabt, jetzt haben wir ca. 150, das heißt wir haben noch immer 150 Euro, wir haben bis jetzt 50 Euro ausgegeben und wir haben gegessen, wir haben ein bisschen was getrunken, ihr fühlt sich schon gut. So, ganz kurz, das Wichtigste, was ihr wissen sollt, ist, wir sind beim Festival angekommen und wir sind derzeit drauf gekommen, wir kriegen eine Uhr, ich weiß nicht die Farbe noch, wir kriegen eine Uhr, da können wir drauf speichern, wie viel Geld wir drauf aufsetzen. Genau, es funktioniert mit NFC und mit dem können wir dann zahlen, aber leider ist es wahrscheinlich gesperrt, deswegen können wir das nicht fälschen. Egal, das wollen wir aber gar nicht. Wollen wir nicht, wir wollen einfach nur feiern, also... Wir wollten das nur ausprobieren. So, ganz kurz, wir kriegen dann eine Uhr, wir können so viel gut haben, was wir wollen, hinaufspeichern und wir können nur mit der Uhr bezahlen, es gibt kein Bargeld, nur mit der Uhr bezahlen. Und wenn wir wieder rauskommen, dann können wir das Bargeld wieder zurück haben und wir geben das wieder ab. So, zum nächsten Video, 3, 2, 1... So, zum nächsten Video. So, zum nächsten Video. N shift Settings. So, zum nächsten Video. nur mit 2 Stunden. schärg докумischen Veganern anмыsten. Follow uns bla electrodes supposed rein machen und her power auf dem auch einsauber. So, dann, wir gehen dann fol Red saat kommand aus denоньsten 70 Euro played und die ersten Ich bin auf dem 78-40-Jetik, und schnapp mit einem Sprit-Ball. Ich bin nicht auf dem 70-40-Jetik, ich bin nier von 21.25-Jetik, ein surt ist ein besorgeriert! Okay, this song is, this song, I like this song. I like you. I like it. I like it for our festival, like this, like this, better, better, this song is better. Yeah, this song is better than the...